Es ist Wochenende, noch nicht ganz, aber immerhin erscheint der Markt nach getaner Arbeit, seine Erholungsphase durchaus verdient zu haben. Wir sehen hier den Dow Jones YM, das ist der Future darauf, der das, was er hier als scharfe Abwärtsbewegung gemacht hat, sofort wieder wettgemacht, mit einer sehr ähnlich scharfen Aufwärtsbewegung. Das heißt, das völlig bärische Bild, was sich nach so einem scharfen Bild als erstes, sagen wir mal, aufdrängt, sozusagen, ist kaputt gemacht worden. Naja gut, spätestens, wenn es nicht dreiwellig nach oben geht, also bis zur Mitte wüsste man es noch nicht so richtig, aber wenn es dann weitergeht, so fünfwellig sich andeutet, ist das eher ein Zeichen. Und jetzt sehen wir das, wir haben das Niveau fast wieder erreicht, wir sind bald wieder auf Allzeithochniveau und damit ist die Welt völlig in Ordnung. Und das ist sie tatsächlich, zumindest mal vorläufig, ist beim Dow Jones überhaupt nicht zu erkennen, dass da irgendwie was Negatives damit reinspiegelt. Im Gegenteil, das ist ein wunderschöner Schub nach oben, es scheint die erste Welle zu sein nach einer Korrektur. Ich vermute mal, sicher weiß man das natürlich nicht, aber dass es eine etwas kompliziertere Korrektur ist. Das ist ein klassischer Flat, wie wir dazu sagen, drei runter, drei hoch und nachher wieder runter hier. Das ist eine Möglichkeit, wie das Ganze ist. Also so sieht es aus, wenn es ein echter Impuls nach unten, ein erster Impuls nach unten gewesen wäre, dann hätte es danach wackelig hochkommen müssen. Das kam nun überhaupt nicht, insofern drängt sich wohl dann dieses Bild auf. Damit haben natürlich all diejenigen recht, die man sagt, das weiß man immer erst im Nachhinein. Naja, ganz so schlimm ist es nicht. Man kann das dann schon auf halber Strecke durchaus erkennen, allerdings tatsächlich nicht auf dieser unteren Seite. Also ich war hier an dieser Stelle ja noch nicht so ganz so optimistisch, ob da nicht noch vielleicht sowas hier hinten drankommt und es nach unten geht. Deshalb musste man das eben abwarten. Das müssen wir nicht mehr abwarten, denn jetzt haben wir ja diesen wunderschönen Anstieg hier nach oben. Und dementsprechend jetzt beste Chancen, als nächstes mal eine Korrektur zu sehen. Die muss nicht notwendigerweise an der Stelle kommen. Das ist ein bisschen voreilig gezeichnet. Also so eine Korrektur, wie wir sie hier jetzt haben, die kann ab sofort passieren. Die kann allerdings noch ein bisschen höher kommen. Die kann und so weiter. Kann also, wo sie startet, wissen wir nicht. Aber wenn sie dann wieder startet, so wie hier jetzt zum Beispiel, wäre das, wenn es so ein schöner Dreiwelle ist, eine vorläufige Fortsetzung. Wenn es ein Dreiwelle ist, eine vorläufige Fortsetzung. Also das ist so der Punkt. Stichwort ist das Zwischenhoch hier als einen möglichen Trigger nehmen. Anders als hier allerdings sind wir da ja schon ein gutes Stück gelaufen. Hier haben wir jetzt einen neuen Start jetzt hier von hier begonnen. Also insofern finde ich das fast realistischer, dass dann der Kurs sogar noch richtig weit läuft. Also ungefähr zumindest mal das, was wir hier haben als Spiegelung. Denn als erstes, wenn so ein Ding ist und danach kommt eine Korrektur, läuft er so weit, wie der erste Teil ist, locker gerne nochmal oder eben sogar noch deutlich weiter. Also beste Voraussetzung beim Dow Jones, wenn man sich das mal so anguckt, gar kein Makel eigentlich zu sehen. Bitte daran denken, ein Rücksetzer wäre mehr als typisch. Und damit meine ich jetzt nicht einen schlimmen Rücksetzer, sondern einfach eine Korrektur. So was in diese Zone hier rein, in diese Box. Das ist der Klassiker, so ähnlich wie wir das hier im kleinen Bild ja auch hatten. Wenn dann hier ging es fünffällig hoch, 1, 2, 3, 4, 5, ein bisschen verwirrend jetzt mit den Linien. Und anschließend eben in diese Zone 50 bis 30 oder 38, 20 bis 61, 8 da rein. Das sind so Klassiker. Und da würde ich derzeit auch mit rechnen, ob das jetzt heute Nachmittag tatsächlich losgeht. Vielleicht gibt es so ein bisschen anfängliche Gewinnmitnahmen. Das wäre aber überhaupt gar kein Abbruch für das bullische Bild. Nur wenn er sehr steil da runter geht in diesem Bereich. Dann muss man sich fragen, wie. Es muss auch dreiwellig laufen. Das sieht aber nicht dreiwellig aus. Dann kommen wieder neue Fragezeichen auf. Kommt das aber wackelig, ist die Welt hier absolut noch in Ordnung. Wackelig, Alternativ A, B, C. Ich weiß, wackelig ist bei einigen unter euch als ein sehr eigenartiger oder durchaus doofer Begriff hier. Was erzählt ihr da für ein Mist? Das ist alles viel zu unkonkret. Naja gut, starke Bewegungsrichtung und nicht starke Bewegungsrichtung. Ihr könnt sie aufteilen, namentlich nennen, wie ihr wollt. Die sind immer wieder gut untereinander unterscheidbar. Nicht immer, aber wenn sie gut unterscheidbar sind, dann ist das ein relativ klares Bild, dass es mit der starken Richtung vorläufig noch weitergeht. Je undurchsichtiger es wird, desto mehr halte ich mich dann aus so einem Marktgeschehen zumindest mal raus. Der S&P sieht quasi gleich aus. Deshalb müssen wir da nicht groß mehr reden. Auch hier haben wir fast alles wieder wettgemacht oder sogar tatsächlich. Na, noch nicht ganz, aber das ist jetzt nur Makulatur, dass es noch nicht ganz so weit gelaufen ist. Dementsprechend auch hier wieder nächster Rücksetzer. Idealerweise A, B, C mäßig. Das ist leider nicht immer so. Hier hatten wir so ein bisschen A, B, C. Hier war es allerdings sehr steil, weil das eben diese etwas kompliziertere Korrekturform ist. Die verpasse ich zum Beispiel regelmäßig den Einstieg, weil das lohnt sich meistens nicht vom Chance-Risiko-Verhältnis, bin ich da sehr zurückhaltend. Schenkt uns der Markt allerdings irgendwas mit einer Struktur, die ganz klar korrektiv aussieht, eben nicht vergleichbar ist mit diesem hier, dann ist das wohl die Fortsetzung mit Bruch über dieser Marke. Jetzt haben wir bei Gold eine interessante Situation gehabt. Und ich weiß gar nicht, ob wir gestern darüber gesprochen haben. Wir hatten gestern live am Chart ein bisschen darüber gesprochen. Und zwar die Aufwärtsbewegung, die hier losgegangen ist, war ja auch schon so hier an dieser Cluster-Marke. Nur die sah, jetzt malen wir sie mal mit dem Finger ab, so aus. Und das ist eben genau nicht das, was ich mir vorstelle, wenn es ein Impuls sein soll. Wir haben viel zu viele Überschneidungen. Malt das notfalls mal mit dem Stift ab und legt das daneben. Das ist tausend Überschneidungen. Das ist genau nicht gut. Und das war der Grund, warum wir, wir haben es jetzt nirgends genannt, aber natürlich nicht super zufrieden sind, dass das die neue Aufwärtsrichtung ist. So, das Ganze wurde dann irgendwann gekontert von der Abwärtsrichtung. Ob da einer Short gegangen ist, herzlichen Glückwunsch. Aber jetzt haben wir ein neues Tief. Und der Anstieg seit diesem Tief sieht bis jetzt noch relativ dynamisch in einer Form aus. Und wer jetzt ganz genau hinguckt, wird sagen, naja, aber hier gab es ja schon mal einen Rücksetzer. Ja, aber wenn der Rücksetzer jetzt so, auch hier oben vielleicht noch mal einer kommt, das heißt, diese beiden Phasen hier voneinander getrennt sind, also nicht überschneidend. Eben nicht wie hier. Der und der überschneiden sich, aber auch der überschneiden sich, aber auch der überschneiden. Ja, das ist alles doof. Ja, kann man nicht, aber wenn das nachher so passiert, dann hätten wir einen wunderbaren Start nach einer Korrektur. Genau das gleiche Prinzip. Ihr müsst leider darauf achten, ob ihr sowas bekommt, ob der Markt vorher steil in eine Richtung gelaufen ist. Wie hier ist es relativ steil in eine Richtung und ob er dann A, B, C, Trigger. Ja, das ist nicht immer gut, aber wenn ihr das nachvollziehen könnt, dann habt ihr eine gute Idee, was der Markt als nächstes macht. Also, wenn der Markt jetzt tatsächlich sich so stark entwickelt, und das sieht gut aus, haben wir sehr gute Chancen, dass das jetzt hier, anders als der hier, wie gesagt, die Gründe hier, und auch hier, der hier, auch hier, das ist nicht impulsiv hier nach oben mit der Wackelei intern, weil entweder dreiwellig oder mit vielen Kursüberschneidungen. Hier allerdings haben wir bis jetzt einen starken Anstieg. Das, was wir hier jetzt haben, kann tatsächlich jetzt, hat bis jetzt beste Voraussetzungen, ein echtes Tief vorläufig zu sein und den Markt jetzt nochmal nach oben dann fortzusetzen. Und damit können wir die Zeichnung, die wir hier haben, jetzt an der Stelle löschen und sagen, selbst wenn wir nur dieses hier als den ersten Anstieg nehmen und hier hochrechnen, dann hätten wir Ziele, die ungefähr hier liegen, bei 1856, immerhin etwas niedriger als zuvor, weil das Tief hier etwas niedriger ist, aber auch immerhin noch ganz gut. Jetzt müssen wir noch eine Frage klären, warum malst du das denn nach dahin? Die Bewegung war doch von hier nach hier, das ist völlig richtig, dann wären die Ziele sogar noch ein bisschen höher, dann hätten wir sogar Ziele, die im Bereich 1870 irgendwo liegen oder noch ein bisschen höher. Allerdings besteht die Gefahr oder die Sorge, über die wir ja gesprochen haben, vielleicht ist das eine dieser Korrekturen, die wir jetzt häufig mal angesprochen haben und dann wäre das hoch schon hier. Im Zweifelsfall weiß ich das nicht, guck mal, so doof ist der Born, der weiß das selber nicht. Nein, ich weiß es im Zweifelsfall nicht, ob ich diesen oder diesen Ansatz, beide sind typisch, beide sind ähnlich relevant. Wenn ich vorsichtig bin, rechne ich mit diesem Ziel, denn das habe ich ja im Worst Case und wenn es gut läuft, habe ich dieses Ziel, denn das ist ja das in dem anderen Case. Das heißt, irgendwo hier in diesem Bereich würde ich jetzt ungefähr die Zielzone erwarten und insbesondere, wenn der Kurs jetzt alte Hochs durchstößt, eine Hochmarke wäre diese hier beispielsweise oder wenn wir hier das an der Stelle nochmal sehen. Also ganz konkret, das letzte Zwischenhoch war das hier. Das wäre schon geeignet, einen möglichen Trigger hierfür zu leisten. Das ist keine Garantie, aber es ist ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis bis da hoch, weshalb ich denke, daraus kann man ein bisschen was machen. Vielleicht schaffe ich das noch, dass ich das als Trade des Tages vorstelle mit ganz konkreten Marken. Wir machen die ja immer wieder, dafür müsstet ihr euch aber anmelden, damit ihr das sehen könnt. Falls ihr das erst später euch anguckt und der Kurs das schon getriggert hat, ich schreibe immer dazu, so lange bis und so lange gilt diese Order. Nur wenn er dann da drüber geht, dann müsstet ihr sie streichen. So habt ihr auch eine Chance, gegebenenfalls später noch da reinzukommen, wenn der Kurs vielleicht immer noch in der Nähe des Einstiegs dann entsprechend rumlungert. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Toi, toi, toi für eure eigenen Handelsentscheidungen. Ein wunderschönes Wochenende und bis demnächst.